Das transsexuelle Gesetz hat bisher vorgesehen, dass Menschen sich, wenn sie ihren Personenstand ändern wollen, eindeutig für ein Geschlecht entscheiden müssen. Wir wissen aber auch, in jeder Beziehung, mit jedem Kontakt, in jeder menschlichen Entwicklung gibt es sozusagen von 1 bis 10 ganz viele Punkte. Warum besteht die Politik sozusagen so auf diesem Bipol? Warum besteht die Politik auf so einer Eindeutigkeit? Das Leben ist nicht eindeutig und braucht nicht ein Ja oder Nein, ein Mann oder eine Frau. Das finde ich ein ganz großes Problem, dass Menschen im Grunde zu einer Kastration gezwungen werden, wenn sie in die eine oder andere Richtung gehen wollen, Frau Zykus. Das stimmt, das ist ganz schwierig. Wir sind auch da dran. Wir kommen irgendwie immer wieder auf die CDU zurück, die bestimmte Dinge vermeiden. Das ist ein bisschen schlecht. Weil das transsexuelle Gesetz unbedingt geändert werden muss. Und da sind wir dran. Da haben wir in der letzten Legislaturperiode schon gerade noch am Ende einen Entwurf gekriegt, der dann wieder zurückgezogen wurde. Und ich weiß nicht, wie weit sie da jetzt gekommen sind. Aber da ist der Bundesinnenminister in der Pflicht, was zu tun. Und dass da was getan werden muss, ist völlig klar. Der Herr Kauf hat eben gesagt, das stimmt ja so nicht. Was stimmt denn da nicht? Oder habe ich das falsch gestanden? Also wir haben im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass es die Novelle des transsexuellen Gesetzes in dieser Wahlperiode geben wird. Der Innenminister hat zunächst einmal gefordert, von den Punkten, die wir vereinbart haben, die Barmenrechtsnovelle umzusetzen. Und danach wird das seine nächste Aufgabe sein. Und er ist zuständig, eine Gesetzgebung vorzulegen. Und er ist zuständig, eine Gesetzgebung vorzulegen. Und ich glaube, aber wir dürfen... Mich interessiert, was Argentinien und Spanien dazu zu sagen hat. Um das Thema Intersexualität. Ja, ganz genau. Das ist ein sehr katholisches Land. Und da passiert was. Und hier passiert gar nichts. Das heißt mal, in so Dingen wie dem internationalen Reiseverkehr Probleme nicht zu schaffen, sondern wegzunehmen. Also Passrecht haben wir ja schon teilweise jetzt umgesetzt in der letzten Wahlperiode. Aber es wird im internationalen Kontext schon notwendig sein, dass am Schluss eine Person sich deklariert als männlich oder weiblich. Die Frage ist, unter welchen, weil es einfach international ansonsten zu Problemen auch für diese Menschen führen wird. Das hat uns ja nicht gestört bei der eingetragenen Partnerschaft. Das stört uns ja bei so viel. Ja, aber ich glaube, das Entscheidende an dieser Stelle ist, ist, dass wir in den transsexuellen Gesetz die diskriminierenden und belastenden Untersuchungen, psychologischen Gutachten und Ähnliches abschaffen. Das wäre, denke ich, für die Betroffenen ein wirklicher Schritt, zu mehr Menschenwürden. Ich würde jetzt gerne was sagen. Zu dem transsexuellen Gesetz fast sehr gutes Motto des heutigen CSD. Vielfalt. Ich glaube, dass wir da gut weiterkommen können, wenn wir in der Gesellschaft nochmal diskutieren, wie entlastend die Akzeptanz von Vielfalt sein kann. Entlastend auch für Familien, die sich wählen, weil ihr Kind nicht in alle Normen passt oder weil ihr Bruder nicht in alle Normen passt oder ihr Schwager, wenn man eben zusammen entscheidet als Gesellschaft, dass wir brauchen diese Normen nicht. Wir können uns entlasten von diesem Stress und können Vielfalt zulassen und können subjektives Empfinden zulassen. Insofern glaube ich, dass, wenn man das von der Seite diskutiert, es sehr viel Unterstützung geben wird für die Änderung des transsexuellen Gesetzes, weil unter dieser Diotomie leiden alle. Leiden nicht nur die, die selbst Verschwierigkeiten mit ihrer Einordnung, männlich oder weiblich haben, sondern alle anderen, die glauben, die müssen dazu beifahren, dass es diese klare Entscheidung gibt. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch. Auch da beobachte ich das in den Medien, dass ein ganz starkes Thema ist, ein großes Thema ist, auch in den Massenmedien, auch aus welcher Geschichte wir kommen, welches Leid wir dadurch erzeugt haben, das von Menschen, was wir vor allen Kindern vor diese Entscheidung gestellt haben. Und ich glaube, dass diese Welle auch am Ende der Gesetzgeber erreichen wird. Nämlich die Frage, was ist denn mit Kindern, die keine ganz eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben, wo es heute sozusagen zu Operationen kommt, sozusagen zwangsweise wird die Entscheidung vorgenommen. Und das ist ein Punkt, wo ich schon sage, lasst den Menschen sich doch erstmal entwickeln und dann kann er für sich selbst entscheiden, wenn er einmal alt genug dafür ist. Spielt das Land als Financier nur eine untergeordnete Rolle. Insofern ist die Bedrohung durch den Landeshaushalt da gering. Also ich nenne das Kurs 41, das neue Jugendzentrum für Schwule und lesbische Jugendliche. Da beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt 200.000 Euro jährlich. Der Finanzierungsanteil des Landes betrug 24.000 Euro einmalig. Da sieht man vielleicht die Verhältnisse und da sieht man auch das unterschiedliche Engagement. Es gibt andere Bereiche, wo man es abwarten muss. Das ist noch nicht ganz erkennbar, wie sich diese Sparpolitik des Landes Hessen auswirken wird. Wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, vor allem was die sozialen Projekte, die Landesmittel für etwa die Aids-Hilfe angeht. Die sind sehr stark eingebrochen bei der letzten Sparaktion, bei der Operation Sicherung. Ich freue mich, dass ihr hier wart und wünsche euch noch, sofern ihr auf dem CSD seid, einen wunderbaren Abend auf dem CSD. Dankeschön. Wir haben gesagt, die CDU verhindern, dass es diese Verfassungsendberufe und diese Rechtsendberufe gibt. Und was sagen Sie dazu, dass es in katholischen Staaten... Ja, das haben wir ja gesagt, dass das unglaublich ist, dass es da geht, aber hier nicht. Und das ist umso mehr viel zu sein. Das heißt, darf ich Sie in Zukunft wählen? Ja, ich bin ja Sozialdemokratin. Ja, natürlich, dann würde ich gerne hören, dass wir Sie wählen dürfen, in der ganzen Parteistruktur. Ja, das ist doch in Ordnung, das machen wir schon die ganze Zeit. Wir kämpfen ja 1992, dann war der Demokrat, dass er drei Jahre alt ist. Ich weiß das wohl, aber warum sagen Sie das hier nicht, dass in Argentinien und in Spanien das möglich ist? Ja, das haben wir gesagt, wir haben ja gesagt, wir haben ja eine Moderator gesagt. Ja, natürlich. Aber ich würde gerne hören, dass Sie das persönlich dafür einstehen. Ja, das tue ich. Ich stehe persönlich dafür ein und habe mich als Justizministerin sieben Jahre... Ich weiß es ja wohl. ...komm, for what? Nein, nicht so what, aber dass Sie dafür stehen, weil ich würde gerne mein Kreuz bei der nächsten Basis tun. Sehr, 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 sehr gerne. Der Verband der Lesben und Schwulen in Deutschland und da darf ich den Bundessprecher des NSVD begrüßen, den Axel Buchhain. Herzlichen Dank, dass du heute da bist und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten darüber. 20 Jahre LSVD, was war denn sozusagen euer Beginn? Was waren denn die ersten richtigen politischen Ziele, die ihr umgesetzt habt? Ja, also wenn wir uns das mal anschauen, was für ein geiler CSD das heute ist, die Parade und dann vielleicht mal zurückdenken, 20 Jahre, da gab es noch ein Paragraf 175, da waren wir Homosexuellen noch im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik gestanden. Und das war so auch der Anlass für die Gründung des NSVD zu sagen, Liebe verdient Respekt, aber kein Strafgesetz. Und wenn wir mal schauen, was der LSVD nicht allein als LSVD ist, sondern mit euch allen, mit den Community, mit den vielen Verbänden, die sich uns angeschlossen haben, erreicht haben, dann ist es, glaube ich, schon beeindruckend. Wir haben heute eine Lebenspartnerschaft, die fast der Ehe gleichgestellt ist. Wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz. Wir haben eine Anerkennung in der Gesellschaft, die ein Motto wie das für den Frankfurter CSD, nämlich Stolz auf unsere Vielfalt, nicht nur als Thema erscheinen lässt, sondern wirklich nach außen hin trägt. Wir können heute stolz durch die Gegend laufen. Aufzunehmen, die sexuelle Identität, dann sind das nicht nur sozusagen Momente, die etwas im Strafrecht bedeuten, sondern auch symbolisch, grundrechtlich bedeuten. Der NSVD hat sich ja schwer dafür eingesetzt, dass der Artikel 3 ergänzt wird. Ja, das ist eine Kampagne, die wir schon in unser Grundsatzprogramm 1990 reingeschrieben haben und wussten, wir brauchen da einen langen Atem, weil damals natürlich noch gar nicht dran zu denken war, dass was, was im Strafgesetzbuch steht, ins Grundgesetz hineinkommt. Aber heute sind wir der Meinung, dass es nicht nur, weil es inzwischen in vier Verfassungen, Landesverfassungen in Deutschland drinsteht, weil die sexuelle Identität geschützt wird in der europäischen Verfassung, weil es viele Staaten oder einige Staaten in der Welt gibt, in Südafrika zum Beispiel, die explizit die sexuelle Identität in die Diskriminierung aufgenommen haben, haben wir gesagt, das wollen wir machen und haben vor zwei Jahren einen neuen Anlauf gemacht. Und zwar war das 2007 mit der Begründung 1957, und was du gerade gesagt hast, die Verfolgung von Homosexuellen in dieser Bundesrepublik, wurde 1957 vom Verfassungsgericht aufgrund des Grundgesetzes für rechtens erklärt. Und das heißt für uns heute, wir müssen eine Änderung herbeiführen, damit es nie mehr in Deutschland zu dem Punkt kommt, einfache Gesetze werden weggeworfen und die Minderheiten werden nicht mehr geschützt. Das Grundgesetz ist dazu da, Minderheiten zu schützen und dazu gehören wir hinein.